Moin, hier ist Heini, jetzt geht er weiter mit Rast und wir sind hier voll verängstigt, ne ich zumindest, ihr habt A an der Hose, in der Hütte und jetzt geht das voll weiter, ne jetzt müssen wir mal gucken und über Leben kämpfen. Was muss ich denn jetzt machen hier irgendwie so? Gar nichts, einfach nur sehen was ihr macht. Also ich würde erstmal einen Tagefeuer hinsetzen, jetzt können wir jetzt hier Hühnchen, alles mögliche reinschmeißen, was wir haben. Okay, ich hab ganz viel. Und zwar unten, also Huckuck steht halt. Äh, äh, Hühnchen habe ich. Warte mal, ganz kurz, Hühnchen muss ich wo entschieben jetzt? Da wo Cook steht. Äh, wo schon eins ist und rechts daneben. Äh, warte mal, ich hab jetzt natürlich hier mein Crafting-Ding auf, hätte ich zu machen oder was ist jetzt? Ja, kannst du zu machen. Wie mach ich das denn? Abdrücken? Ne, ich verstehe das, das Cook jetzt nicht, Entschuldigung. Weil ich hab jetzt dieses Hühnchen, achtmal. Was muss ich damit machen? Schiebe ich die nach unten hin? Ne, ne, du hast da rechts diese drei, also wo schon ein Hühnchen drin ist. Ne, hab ich ja eben nicht, das meine ich ja. Ich hab ja einfach... Achso, ne, du musst aufs Lagerfeuer gehen, ne? Ah, siehste, das meinte ich. Ganz lange. Use und jetzt E drücken. Ganz lange. Open oder Ignity? Open. Open? Alles klar, und da ist jetzt Hühnchen drin, alles klar, einfach reinschieben. Ja, mach schnell, ich hab Hunger. Ja, ich bin schon bei Food Null. Animal Fat, was ist das, soll ich das auch? Nein, nein, das nicht. Dann mach zu und mach's Feuer an. Einfach kurz e drücken, genau. So. Kann ja Nico eventuell noch was reinschmeißen. Ich hab schon mal ein Fleisch reingemacht, das waren die anderen zwei Flatschen. Was hast du denn im Kopf? Ein Helm und eine Schuhe hab ich mir schon gemacht. Wie geil ist das denn? Ein Helm. Der, der bringt's, der bringt's. Der ist gut. Kannst du auch machen. Tabt hast du dann auf den Kopf? Ne, da seh ich aus wie ein Taliban. Dann steh die morgen beide vor der Tür und die meinen dann, ich hör dazu. Da hab ich keine Helf drauf, ey. Geht Shitstorm los. Mach hin, ich bin bei Food Null. Was soll ich denn machen? Das Fleisch soll schneller braten. Achso, ich dachte, ich soll was machen, ey. Also ich hab noch 400. Ich hab noch, was hast du? Food, aber ich hab 413. Ja, dann sollte ich ein Bündnisraste. Fresslösschen kriegen. Fresslösschen kriegen. Oh ne, du. Oh, ich verbrenne. Wenn man da zu nah am Feuer geht, geht man tot? Ne, eigentlich nicht. Use. Open. Wo siehst du das denn überhaupt, wie schnell die fertig wären? Die wandern da nach oben und sind gegrillt. Das dauert natürlich ein bisschen. Also kann ich aber mein Fenster auflassen, dann seh ich das hier auch, ne? Jo. Ich bin bei 2000 jetzt. Hast du gegessen schon? Die ersten Sets, die fertig waren, hab ich mir rausgenommen. Mhm, hat er gar nicht angezeigt hier bei mir. Ja, weil die schon draußen waren. Jetzt muss essen gehen, bin ich schnell. Müsstest du da welche wissen. Ja, ich merk das schon. Oh Gott, ey. Da, da wird ja was werden, du. So, komm. Ich hab jetzt einen Bohr und ein paar Pfeiler gemacht. Das heißt, wir können morgen eigentlich prinzipiell so ziemlich alles jauchen. Oh, Fleisch ist fertig. So, wer hat jetzt was? Wer will als erstes? Nehm, du. Ich hab. Hast du schon? Na, noch nicht, aber... Wir können ja Hälfte der Hälfte machen, ist doch egal. Ja, okay. So, hier zwei für dich noch. Entschuldigung, ich hab jetzt Hälfte der Hälfte. Geht ja schlecht irgendwie, der nur Zweier-Schritte. So, dann kann ich das hier ausmachen. Nimmst du die zwei noch raus, ja? Mhm. So, vier. Mh, ist das lecker, du. Das schmeckt ja... Ey, ich hab ein bisschen Gewürz können, ne? Oh ja, so ein bisschen Barbecue-Sauce. Oh ja. So, ich habe jetzt wie viel? Neuntaus... Eintausundundfünfhundert. Jetzt habe ich... Zweitausundvierhundert. Jetzt bin ich satt. Aber die Grafik finde ich nicht, nicht gemacht hier, ne, oder? Mit Qualm so richtig schön, so... Ja, auf jeden Fall. So. Das ist draußen schon nachts, ne? Mhm. Ey, ich hab Angst. Oh, Mann. Was ist das? Was machst du da? Wird dich ärgern. Oh. Ähm, ja, das hast du auch... Das hast du geschafft, ey. Ähm, was kann man überhaupt für Waffen alles machen hier? Crafting, Holz... Wo ist... Wo ist mein Crafting-Tisch denn geblieben? Da musst du oben, äh... Ganz oben am Bildschirm auf Crafting drücken. Ah! Amor? Ah! Okay, was kann man denn überhaupt machen? Ähm, Waffen-Ressource. Also, an Waffen kannst du am Anfang bloß ein paar machen. Die anderen, die Lancer dann erst später im Spiel. Aber nur das, was hier ist, kann ich machen, ne? Mhm. Hardgun-Cannon. Was ist das denn? Oh, 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 oh. Huntingbow, das ist ja dieses, ne? Das ist der Pferdenbogen, den hab ich jetzt mit mir gebaut. Wie viel hast du gemacht? Ich hab einen Bogen und 40 Pferde. Okay, wie mach ich denn? Ich brauche Wood 35, habe ich. Kann ich schon mal machen, ne? Hast du Holz, Nico? Ich hab Holz, ja. Okay, das kann ich denn ja machen. Und, ähm, 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 wie nennt sich Pfeile? Arrow. Arrow, da haben wir's. So. Sofort, der ist da noch am Gange. Drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde und Action! Sehr schön. So, dann haben wir Arrow. Ähm, 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 Stone haben wir ja auch sieben Stück. Das heißt, was krieg ich aus vier Holz raus? Wie viele Pfeile? Ähm, also du kriegst pro, ja, pro Crafting quasi vier Pfeile. Das heißt, wenn du vierer einsteigst, kriegst du insgesamt zwölf. Toll, ich hab gar kein, ich hab gar kein Stone. Was ist das mit Metal Ore? Scheiß. Hä? Was wirst du machen? Das brauchst du eigentlich gar nicht. Arrow, steht hier doch. Pfeile. Stones und Wood braucht man dafür. Hä? Stones und Wood braucht man dafür. Bei mir steht Stones? Ich hab ja keinen Stein. Achso, ja. Weil ich, ich hab nur diesen komischen Metal Ore, weil das ist für ein Scheiß. Ja. Oh, da, Steine, schnell rausnehmen. Danke. So. Amor. Amor. Arrow. So, jetzt haben wir das. Craft. So, ich bin mal gespannt, wie viel wir kriegen. Mann, 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 du. Hier ist was los, ne? So, vier Pfeile. Also muss ich morgen auch viele, viele, viele Steine klopfen und sowas alles, ne? Holz ist wichtig, Stein ist wichtig und Schwein ist wichtig, also Tiere, ne? Dass man erstmal Waffen ohne Ende hat, ne? Genau. Also ich, man kann das sicher aufteilen. Hier zwei mit dem Bogen. Wir tun die Viecher schlachten, also umbringen und Nico, der muss halt ausnehmen. Also aggressiv, ey. Aber so ab vorn. So, ich hab jetzt erstmal nur... 16 Pfeile sind das nur. Warte, ich kann dir noch 10 geben. Da haben wir in etwa gleich viel. Holz hab ich noch 35. Äh, ich hab keine Steine mehr. Aber unter dir hab ich einen Farbpfeile hingeschmissen, die jetzt zu Füßen liegen. Du, äh, ist richtig nett. Ach, ich hab auch so keine Steine mehr. Kannst wieder aufheben, hat sich erledigt. Ich hab jetzt 16 Stück. Ich hab keine Steine mehr. Das sind direkt Pfeile, also... Achso, warte mal ganz kurz. Achso, du hast mir direkt schon Pfeile gegeben. Jetzt hab ich 20, 26 Stück. Genau, ich hab 30, da passt das. Okay, Pfeile und Bogen gleich in der Tasche, dann können wir da morgen jemand mit wegplagern. Wie viele Pfeile kann ich immer in so einen Slot machen? 10. 10. Okay. So, was kann man denn noch craften, was wichtig ist? Animal Fat. Closed. Erstmal nix. Also, als Closed, du brauchst 15 Closed, da kannst du dann einen, äh, einen Sleevingbeck, einen Schlafsack machen. 15 Closed. Haben wir jetzt nicht. Ich hab nur, äh, das ist eigentlich Tierhaut, ne? Closed ist genau, ne, Tierhaut, Stofffetzen, sowas. Ja, irgendwie so, also muss ich ihm 15 Schweine schlachen, sozusagen. 15. Aber du kriegst ja pro Schwein kriegst du mehr raus, also ich denke mal, 5 oder 6 kriegst du pro Schwein. Und wo ist meinst du geblieben? Das hast du für das andere Zeug gebraucht, alles. Für den Bogen, für die Pfeile. Ne, nur für den Bogen. Achso, alles klar. Gut, dann hab ich auf jeden Fall das gelernt, ne. So, wie sieht's aus hier draußen? So, erstmal 4, Pfeile und Bogen in der Hand. Wegpacken, ich hab, ich hab ja verstanden, ich hab's ja verstanden. Ihr habt Angst. Nehmt euch die neuen Fleisch raus, da. Achso, ist noch was drin? Warte, hast dich, hast dich, hast dich. Das hier. Und, hast du? Ich hab ja. Nehmt euch die neuen Fleischdinger raus, wie geil das hast du, ne. So, manchmal... Nee, ich hab auch 20 reingelegt. Wieso? Manchmal find ich das scheiße hier nicht, ich steh da direkt vor. Jetzt, use. Open. Neun Stück. Sonst noch jemand was, oder ist es meins? Ist deins. Ja, das sind deine. Ich hab auch neun jetzt. Okay. Dann... Ups. Wir können ja eben Pfeile... Okay, die Fackel brauch ich jetzt nicht, da hau ich jetzt mal in den Nahrung hin. Weil die braucht man ja immer. Okay. Nico, du machst mir wieder Angst, du hast ein Taliban-Shirt an. Du, du bist nackig schon, hast einen Stein in der Hand. Ich ergebe mich... Oh Gott, will du damit leben, du? Will du damit leben? Ich hab Pfeile und Bogen, ich hab nur einen Stein. Wer will das wohl da gewinnen? Aber hab ich doch nicht in der Hand. Noch nicht. Myea, miaa, miaa. Da hab ich ne Fackeln in der Hand, das ist viel schöner. Oh, verbrenne die nicht, die brauchen wir noch. So. Genau, ich setz mich auch hin. Wollen wir ein Lied singen? In Süden, dort gibt es ein Städtchen. Dort wohnt irgendwo so ein Mädchen mit schwarz-braunen Augen. Es war kaum zu glauben, doch ich hab mich in sie verliebt. Und als ich erwachte, mir nix Böses dachte, da dachte ich, wo kann die nur sein? Ein Rambam, Rambazamba. Was willst du mich erschießen? Ich singe gut. Der steht vor mir mit Fein und Bogen. Ich hör ja schon auf. Du hast aber gerade Füße, du. Ne, haben wir aber ganz toll gemacht, die Entwickler hier, muss ich sagen, ne? Jetzt hängst du mir den Arsch in... Was willst du, warum mal... Oh, das sieht aber fair... Was macht ihr beide da? Stefan! Stefan, du bist doch mit Friedi zusammen. Natürlich. Pfui! Da hängt der mit Kopf im Schoß, ey. Siehst du, Nico, hast du gefallen? Er geht wieder zu dir und will dir einen Stein geben. Bitte, das Video müsst ihr sehen. Oh, was war das? Wart ihr das? Ach, was klopft ihr denn so? Ich auch nicht. Ich hab kein Slam in der Hand. Aber ihr habt doch geklopft, ne? Also ich nicht. Ich häng ja ganz friedlich. Nico, Taliban. Muss mal nachschauen, oder Tür auf? Ne, 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 ne. Oh Gott. Wie lange hältst du ein Feuer ein, ne? Steht da irgendwie ein Zeichen oder so? Ja, muss gucken, wie viel Holz noch drin ist. Wenn Holz alle, dann Feuer alle. Geh auf Use, geh auf Use und dann? Ja, dann siehst du ja unten, wie viel Holz drin ist. Und das Holz, das verbrennt zu Holz-Cola und bin... Ach, 13 Holz. 33. Alles klar. Also ich glaub, alle 15 Sekunden oder so wird ein Holz verbrannt. Naja, ein bisschen Holz haben wir ja dann aber sozusagen noch, ne? Ich hab ja noch 31 Holz. Das sollte reichen für die Nacht, ey. Ja. Können ja mal schauen, wie dunkel es ist. Jo. Dauert nicht mehr lang. Ey, wenn jetzt einer hier um die Ecke kommt, ein Zombie oder so, ne? Kommt rein, mach die Tür zu, es wird kalt. Okay, komm, Nico, Tür zu. Oh ja, das sag ich dir, du. Oh, das sag ich dir. So, das dauert nicht mehr lange. Ähm, sind eigentlich... Wie war das? Zombies am hellen Tag sind nicht unterwegs, oder? Doch. Ach, weil wir gar keinen Spasten gesehen haben, ne? Wie kommt's? Also ich hab schon sieben Stück gesehen. Wir noch gar nicht, ne, Stefan? Oder haben die Mitleid und verpissen sich, wenn ihr mich sehen, ey? Oh, Heini, sei, lass uns schon abdampfen, ey. Ne, die sind in der Nähe von Städten, die Viecher. Nicht immer. Es gibt aber welche, die laufen in der Wildnis rum. Ja, ja, aber trotzdem irgendwo in der Nähe von radioaktiven Gebieten. Also, da in der Nähe, wo Heini vorhin das Schwein geschlachtet hat, da war einer. Das ist aber schon ein Zombie, ja? Und die plaudern laufen auch welche rum. Mhm. Ach, herrlich, ey. Mit euch ein Lagerfeuer machen wollte ich schon immer. Ja, vielleicht bloß an der Knüppelteig, ne? Die Marschballos auch gehen hoch. Ich würde gerne mal das Lagerfeuer ausmachen. Warum? Dann wird's dunkel. Du quälst gerne, ne? Hier, guck, Stefan macht das jetzt. Hast du dir nur dumme Gedanken gebracht? Hab's dir Gedanken gemacht. So sieht man unvorbereitet aus, Mann. Das ist der Effekt viel schöner. Die Schuhe. Ich hab extra hier im Zimmer, im Büro, hab ich Lichtausgrimme. Aber ich bin nicht ganz knallhart. Ich hab wenigstens von meinen Engeln Schreibtischlampe angemacht. Dass er sich ganz so hart ist, ey. Dass ich mich erschrecke. Ich sitz hier im Dunkeln, draußen regnet, mein Hund schnarcht. Man kann auch ein bisschen durch die Rillen gucken. Da sieht man immer noch, dass das hier... Ähm, genau. Da hat's so ist. Deine Hose brennt, Nico. Ah ne, das ist der Qualm, alles klar. Ich dachte. Ja, er hängt direkt da drauf. Aber sowas von. Das ist ein wenig, wenn ich's abbrenne, geht's. So, mal ganz kurz gucken. Und? Ist schon Son... Äh, Monduntergang wird schon rot hier drauf. Oh ja. Okay, komm, wieder rein, Kinder. Nicht, dass die anderen uns sind. Oder können die uns nicht finden? Naja, wir sind hier versteckt. Wenn sie uns finden, dann finden sie uns halt. Ich mein, die Zombies jetzt und so. Achso, ne, die hier sind die nicht. Ne, da wollen wir die anderen... Zombies hab ich Angst vor. Die sind nicht so intelligent wie in Seven Days to Die. Ein Glück, ey. Müssen wir auch mal ein paar wieder machen von Seven Days to Die, ne? Kam ja gut an, anscheinend. Ja, ne? Das war auch actionreich, sag ich dir, du. So. Rote Feuer hier schon, es wird zu langsam hell. Oh ja, genau, es wird zu langsam hell. Seht ihr das? Na dann, Aufbruch, oder? Jetzt schon? Ah, Sonnenaufgang. Ne, früher, desto mehr Zeit haben wir. Ist jetzt... Das ist aber noch ziemlich... War im Feuer ausmachen! Äh, hab ich Feuer ausgemacht? Wo seid ihr? Irgendeiner läuft jetzt nicht in die Wacken. Ich bin das nicht. Ich steh hier. Ja, ich seh dich. Mach mal die Türe zu hier. Bitte. Könnt ihr das nicht? Das ist deine Tür. Ach, dick... Hä? Ach, ihr kommt da gar nicht rein und raus? Nee. Jeder kann seine eigene Türe nur selbst öffnen. Kein anderer. Die anderen müssen dagegen schlagen. Ach. Ach, shit. Die werden mal kaputt geht nach 10, 15 Minuten. Je nachdem. Na, wie geil. Okay, ähm, gut. Pfeil und Bogen habe ich hier in der Hand. Was machen wir jetzt? Jagen. 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 Sammeln. Wo gehen wir lang? Komm, du Faggeltraten, dann hat der Lauf schneller. Hier ist da in der Straße irgendwas. Was ist das? Ein Reh oder was ist das? Nö, das ist nix. Ach, das ist Gras. Das sieht so. Das sieht so aus. Wir werden hier schon gescheitert werden. Komm, du Faggeltraten. Oh, Gott. Ich finde ja nie wieder, dann. Ich muss mir irgendwie so ein paar Blocks übereinander machen, dass ich genau weiß, dass mein Haus ist. Das habe ich nämlich am Anfang immer im Intink gemacht. Wissen wir, wir haben über deine Türme geguckt. Da ist das. Ja? Ist das ein Schwein oder ist das ein Wolf? Das ist ein Schwein. Ein Schwein. Ja, sieht so aus. Das kann nicht, das macht so aus wie ein Schwein. Da hinten sind Steine, die nehme ich mal eben. Einen Reh ist auch noch ein Reh. Ja, das mit zwei Entbogen, das braucht zwei Teile. Das sind mehrere. Oder ist das ein Wolf? Das sind alles Rehe. Komm, Kollege. Nein. Nein, komm, bitte. Nein, daneben geschossen. Einmal ein Schwein. Scheiße. Oh, daneben geschossen. Bitte, komplett versteht. Ich schieße so ins Arsch. Ja, geht doch, ey. Ja. 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 Oh, bitte bleib stehen. Wieso kann ich schneller rennen? Scheiße, daneben. Wo seid ihr eigentlich? Ich weiß nicht, wo du bist. Jetzt aber. Ich hab hier ein B für mich. Ich hab ihn, ich hab ihn. So. Du Idiot, ey. Krieg ich meine Feile wieder? Nein. Oh. So, der ist weg. Wo wurde ich denn hingerannt? Wo seid ihr? Ich laufe direkt auf den Berge wieder zu. Erlaub ich nicht. Ich seh dich. Ich meine nach rechts von dir. Achterseite, alles klar. Da ist noch ein Reh. Toll. Wo bist du? Ich stehe hier mitten auf dem großen Feld. Du musst ziehen lernen, ey. Jetzt aber. Wieder ein Reh. Das gibt so ein Festvurteil, sag ich euch, du. Ich lade euch ein. Kein Thema. Ich bin ja ein Kumpel. Oh. Ich mach dich platt, ey. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Dass ich ihn töten muss. Im echten Leben möchte ich das natürlich nicht machen, weil ich nicht so aggro bin, ey. Ich bin direkt ein Pisser, ey. Jetzt aber. Oh, wer steht da denn? Oh, Nico. Hallo, mein Freund. So, Holz. Wir brauchen Holz. Holz, Stein, Tiere. Jetzt brauchen wir eigentlich alles. So, ich hau mal so ein bisschen Holz hier kaputt, ja? Ja. Oder wollt ihr irgendwie was anderes suchen jetzt? Nee, nee. Mach ruhig. Auf diesem großen Feld hier bleiben wir am besten. Okay. Was denn? Nee, ich hab nur ein Schuss mit dem Buhnen vor mir. Also wir brauchen eigentlich nicht so viele Tiere. Zwecks der drei Schlafsäcke, die wir brauchen. Ja. Ofen. Ja. Kriegen wir hin, ne? Aber ich mach jetzt mal wieder einen Cut, nee. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Und das geht morgen weiter, wo wir hier am Holzkloppen sind. Wo wir hier die ganzen Idioten erleben. Ey, Zombies und was das nicht alles ist, ne? In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.